Dass viele von euch ebenfalls viele Stunden im Auto verbringen und dabei ab und zu mal Lust haben, die eigene Stimme fit zu machen für die Gespräche, Präsentationen, für die Trainings oder was immer es ist, was danach folgt, dass er mir die vielen Reaktionen gezeigt hat. Ich danke euch ganz herzlich dafür und ich verspreche, ich werde heute zumindest eine Hand am Lenkrad behalten. Worum geht's heute? Wir haben uns das letzte Mal mit der Frage beschäftigt, was macht die Stimme klar und voll, was gibt der Stimme einen guten Standpunkt und haben festgestellt, die Mitte soll bewegt sein und die Wirbelsäule aufgerichtet. Heute lasst uns doch mal schauen, wie wärmt ihr denn die Stimmlippen, also eigentlich den Stimmgenerator im Kehlkopf, am besten während des Autofahrens auf. Nun, ich habe zwei Übungen für euch parat. Die eine handelt von dem Buchstaben M und von einer großen Luftkugel, auf der du am besten genussvoll herumkaust. Ich mache es mal falsch. Also wenn man die Lippen zusammenkneift, dann ergibt es einen nicht besonders schönen und vollen Ton. Es geht also eher darum, die Wangen so richtig aufzuplustern, dass die Lippen die Luft kaum halten können. Also man beißt und kaut auf seiner großen Luftkugel herum, während man ein M intoniert. Was ist der Benefit? Nun, das macht die Muskeln im Kehlkopf weit. Das sogenannte Ansatzrohr, also der Bereich des eigentlichen Stimminstruments des Menschen, der für Volumen und für einen breiten, satten Ton zuständig ist, der wird geweitet. Der Zungengrund senkt sich und die Stimmlippen werden gelockert. So, und hier knüpfe ich gleich mit einer zweiten Übung an, die mir heute ganz gut passt. Ihr hört es sicher, ich bin streng verkühlt, habe aber jetzt ein Coaching mit einem sehr wichtigen Kunden. Also will ich stimmlich doch fit sein und will, dass meine Stimme gut klingt und nicht eng wird, also dass meine Stimme nicht der Verkühlung zum Opfer fällt. Und die Übung meiner Wahl dafür, die hat mit einem großen Motorboot, am besten mit einer großen Motorjacht zu tun, deren Motor wir jetzt anwerfen und dann horchen, wie auf der Rückseite der Yacht irgendwie die Luft aus dem Auspuff heraus blub, 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 blub. Aufgerichtetem Nacken und aktiviert damit, blub, 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 blub. Dann sogar so kleine Bläschen, wahrscheinlich Spuckebläschen auf den Lippen auftauchen. Das ist ein gutes Zeichen dafür. Zweite Buchstabenkombination. Also blub, blub, blub wäre die eine, blub, blub, blub und dum, 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 dum wäre die zweite, dum, 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 dum. Mit diesen hoffnungsvollen Geräuschen, wenn ich an Motorjacht denke, denke ich an Sonne, Sommer, Meer, während es hier draußen regnet und wahrscheinlich sonst wo schon schneit. Verabschiede ich euch in den Nachmittag, wünsche euch gutes Gelingen, beste Gespräche, viel Erfolg und rufe euch zu, voice cells, die Macht der Stimme sei mit euch. Euer Arno Fischbacher. Euer Arno Fischbacher